Hallo, ich habe gerade eben das Video von LeFloid gesehen und habe mir gedacht, wieso mache ich nicht eine Videoantwort? Und hier ist die Videoantwort für Ohne Worte. Wie geht es dir heute? Wie reagierst du, wenn du mal nicht bekommst, was du möchtest? Wie siehst du eigentlich aus, wenn du richtig sauer bist? Was tust du eigentlich, wenn du mal keine YouTube-Videos machst? Mal ehrlich, kannst du dich an ein allererstes YouTube-Kommentar erinnern? Wie siehst du so aus, wenn dir mal wieder etwas extrem Peinliches mitten auf der Straße passiert? Welchen Sinn hat das Leben? Wie gehst du mit Hatern um? Gibt es die Welt auch ohne dich? Welcher Gesichtsausdruck beschreibt am besten dein wahres Wesen? Okay, das war's mit den 10 Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis denn! Hast du schon mal gehabt? Kernau